Wir haben ein Jahr lang umgebaut und freuen uns sehr, unser neues Modehaus in Gleisdorf vorzustellen. Kommt bitte vorbei und seht unser wunderschönes Modehaus. In Gleisdorf wurde das Modehaus Rot feierlich eröffnet. Seit dem Vorjahr wurde komplett umgebaut, vergrößert und das Sortiment erweitert. Auf zwei Stockwerken und einer Fläche von 3000 Quadratmetern wartet nun ein besonderes Einkaufserlebnis. Wir konnten auf 3000 Quadratmeter vergrößern. Wir haben eine sehr, sehr große Herrenabteilung gestalten können. Wir haben eine neue Kinderabteilung und wir haben im Obergeschoss eine neue Damenwelt geschaffen, zu dem größten Kleiderschrank der Oststeiermark. Man geht über eine wunderschöne neue Stiege in den Himmel jeder Frau, in den größten Kleiderschrank. Das Modehaus präsentiert sich ab sofort als echte Begegnungszone mit aktuellen Trends. In diesem schönen Wort steckt, dass wir eigentlich für die ganze Familie alles anbieten wollen. Und da sind wir sehr, sehr stolz darauf, dass auch jetzt die Kleinsten von Größe 50 bis rauf alles finden. Worauf darf man sich speziell im Modehaus Roter aufs Frühjahr freuen? Was sind so die Trends, die jetzt kommen werden? Der größte Trend ist sowieso Farbe, Farbe, Farbe. Denn der Winter war sehr, sehr trist, sage ich mal, mit braun, schwarz und grau Tönen. Aber jetzt mit dem Pink, mit dem Rot, mit dem Orange, wunderschön. Das macht wirklich Spaß. Die große Eröffnung wurde gleich an mehreren Tagen gefeiert. Die Familie Rot begrüßte dabei zahlreiche Ehrengäste, darunter auch Ex-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer. Das abwechslungsreiche Rahmenprogramm beinhaltete coole Musik, magische Momente sowie bunte Unterhaltung für Kinder im wohl größten Kleiderschrank der Oststeiermark. Wir sind sehr stolz, nachdem es unser größtes Haus ist, wo wir wirklich alles verwirklichen können, was den Standard für heute, was sich der Kunde einfach wünscht. Wenn ich das auch dazusehen darf, haben wir sechs Standorte mit sechs Hauptplatzhausnummern. Also man sieht ja auch die Kirche und dass man so stolz, dass wir ein echter Nahversorger sind in der Ost- und Südsteiermark. Wir sind sehr glücklich, also besser hätte der Staat gar nicht zeigen können. Wir haben früh investiert und jetzt vor allem uns natürlich, die Kunden zu bedienen, zu begeistern und für sie da zu sein. Unter dem Motto, eine Familie für die ganze Familie, steht man nun den Kunden in Gleisdorf zur Verfügung. Wir sind eine große Familie, wir halten zusammen. Sehr viel Herzblut wird investiert in Weiterbildung und aber sehr viel in Team. Wir sind so, so stolz auf unser Team. Sie haben mit angegriffen im letzten Jahr beim Umbau und wir haben einfach eine so gute Stimmung. Es passiert so vieles in den letzten Wochen und jetzt endlich haben wir eröffnen können. Alle sind glücklich, damit wir den Kunden beraten können. Mode ist rot. Ab sofort auch auf 3000 Quadratmetern in Gleisdorf.